Meisterschaften ohne Übertragung. Wir wollen endlich mal die The Real Thing sehen. Punkt. Wo sind eure Stenno-Videos? Orden schaffen keinen Mehrwert für die größere Öffentlichkeit. Vielleicht für das schwindende Insider-Ketto. Also, stellt euch mal vor, wir hätten bei der Fußballmeisterschaft, Weltmeisterschaft, nur das Fußballspiel. Wann fällt endlich der Groschen bei den Verantwortlichen? Liebe Grüße, Friedemar Grüße, Friedemar Vielen Dank.